Guten Abend, liebes Publikum im Frankfurter Filmmuseum. Heute Abend will ich Ihnen in meiner Carte Blanche-Reihe einen Film zeigen, der lange nicht mehr sichtbar war und den die Wim Wenders Stiftung gerade sehr aufwendig restauriert hat. Die linkshändige Frau. Das ist ein Film, den Peter Handke 1978 gedreht hat. Nicht sein erster, sondern sein zweiter Spielfilm nach der Chronik der laufenden Ereignisse von 1971. Ich habe bei der linkshändigen Frau zwar als Produzent fungiert, mich aber komplett herausgehalten, wie man es nur kann, und Peter den Rahmen meiner damaligen Produktionsfirma, der Roadmovies, zur Verfügung gestellt. Peter hat die linkshändige Frau auch von Anfang an als Film geplant und sowohl den Roman als auch das Drehbuch geschrieben. Der Film geht mir aus vielen Gründen ganz nahe. Peter Handke ist da nämlich etwas gelungen, was nur wenigen Männern oder männlichen Regisseuren vorbehalten war, sich nämlich voll und ganz in das Leben einer Frau hineinzudenken, die in diesem Fall Mutter, Hausfrau und vom Beruf Übersetzerin ist. Sie ist die linkshändige Frau. Dabei geht es in dem Film kaum um etwas Dramatisches, sondern um Alltag. Und Alltag ist in diesem Film etwas unglaublich überhöhtes, majestätisches, gültiges, wie sonst vielleicht nur in den Filmen von Yasuo Jirou Uso, dem Peter Handke in seinem Film hier auch eine Referenz erweist. Für diesen Film über eine Frau hatte er eine großartige Besetzung in Edith Klever für fast 20 Jahre herausragendes Mitglied der Schaubühne, wo sie mit Regisseuren wie Peter Stein, Klaus-Michael Grüber und Luc Bondi gearbeitet hat. Wie die Edith Klever da manchmal spielt, das alltäglichste Leben einer Frau, das kann ich nur mit solchen großen Schauspielerinnen vergleichen, wie es vielleicht John Morova oder Jenna Rowlands in den Filmen von John Cassavetes. Edith Klever spielt neben Bruno Gantz und der ist auch in diesem Film hinreißend. Ein Jahr älter nur als in seiner ersten Rolle im amerikanischen Freund. Dann gibt es noch den Bernard Minetti als Vaterfigur, auch eine recht einmalige Erscheinung auf der Filmleinwand, und Gastauftritte von Angela Winkler oder Michael Lonsdale, Bernard Wicke und sogar Gérard Depardieu in einer Gastrolle. Und zum anderen ist dieser Film außerordentlich durch seinen Kameramann, Robby Müller nämlich, der mit diesem Film eine so wunderbare und subtile Arbeit gemacht hat, dass ich sie für einen Höhepunkt im Schaffen dieses Ausnahmekameramanns halte. Achten Sie doch mal vor allem auf das Licht im Haus der linkshändigen Frau. So ein Licht habe ich vorher und nachher kaum jemals wiedergesehen. Wie viele der schönsten fiktiven Filme ist auch dieser hier, die linkshändige Frau, in vieler Hinsicht fast ein Dokument über das Leben selbst und über eine Vorstadt vor den Toren von Paris am Ende der 70er Jahre. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen.